Hawaii Wie einundzwanzigjährige soll's ihn in der Stadt geben Damit kann's funktionieren Das ist machbar, okay? Es ist keine Katastrophe Kommt ganz auf dich an, Vogel Entweder denken sie, hier kommt wieder einer mit nem gefakten Ausweis Oder hier kommt McLovin, der fünfundzwanzigjährige hawaiianischer Organspender Also, was sollen wir jetzt machen? Nennt mich McLovin